Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, jetzt auch endlich in der 1.2.4 Version habe ich jetzt geupdatet. Ich habe jetzt auch ein Texture Pack installiert. Das ist nicht das von die B2LP, sondern einfach nur das Herr Sommer Texture Pack 1.2. Könnt ihr euch auch runterladen. Müsst ihr einfach mal googeln oder ich schreibe das hier als Link in die Beschreibung mal schauen. Ja, das zur Info. Ich spiele das Ganze auf dem deutschen Soundpack, was ja jetzt mit dem neuen Update auch genauso groß ist wie das Englische. Also ich lasse es natürlich auf Deutsch. Und ja, die Options sind alle gleich. Wir spielen auch friedlich immer noch. Ist ja immer noch die Staffel 1, aber nicht mehr lange. Und wir gehen jetzt einfach mal in die Welt. So, wo haben wir hier stehen geblieben? Ich habe auch ein paar Mods installiert. Das ist einmal Sands Minimap, wie ihr oben sehen könnt. Und das zweite ist, wo kommen wir hier raus? Moment. So. Nehmen wir hier Holz. Ja, hier ist ja das neue Gebäude. Und den zweiten Mod zeige ich euch jetzt auch. Gleich. Wenn man hier noch hinkommt. Ja, kommt man. Wunderbar. Hier haben wir einen Baum. Und dann machen wir mal hier. Zack. Das ist der Timber Mod. Den habe ich mir auch mal installiert. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist Sheeten. Das ist eigentlich kein Sheeten, weil... das ist ja eigentlich realistisch, dass man den untersten Baum abschlägt und der ganze Baum fällt um. Und deswegen nutze ich den auch. Ja, so kann man auch viel mehr Holz sammeln und es geht auch viel schneller alles. Und das hat eigentlich nur Vorteile, das Ganze. Hier müssen wir das Ganze... den ganzen Dings hier weg. Den ganzen Plum-Dings hier abhauen. So, wir haben ja, glaube ich, auch Glas gebrannt. Im letzten Part. Ich weiß es nicht genau. Wir haben auf jeden Fall hier das Dach. Oh, fuck. Wow. Und das Mr. Sommer Tech... Herr Sommer, Mr. Sommer. Herr Sommer Tech-Jab-Hack. Gefällt mir richtig gut. Das werde ich jetzt auch erst mal nutzen. Oh, Creeper-Bot-Wäsche. Geil. Und, äh, ja. Wir waren... Oh, toll. Wir haben keine Kohle. Wir sind pleite. Wir haben keine Kohle. Ach ja, das ganze Dach ist ja hier weg. Scheiße, wir haben echt keine Kohle mehr. Sag jetzt nicht, wir haben keine Kohle mehr. Wir werden nur noch Glasscheiben. Aber wir müssen dringend eine Hüllentour machen. Aber ich hab keine Lust mehr hier in dieser Staffel eine Hüllentour zu machen. Das ist ja... Feuerstein, Kies. Uni! Ne, wir werden erst mal hier... Au. Hier haben wir ja noch ein Zauberbuch. Können wir hier was verzaubern. Da müssen wir dringend eine Stufe aufsteigen. Da möchte ich gerne mal was verzaubern. Ja, ähm... Hier können wir das so machen. Genau, hier kommt das so. Warum ist hier Cobblestone? Kann mir das einer erklären? Nee, hier muss gar kein Cobblestone sein. Dinge reißen wir hier mal weg. Sieht eh scheiße aus. Ich bin ein Cleanstone-Fanatiker. Hier kommt das hin. Da, 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 da. Das ist ziemlich dunkel, das Mr. Summer-Texture-Pack. Aber trotzdem richtig cool. So, hier reiß ich das mal weg. Braucht ja hier keiner. So. Und hier noch weg. Tschö. Und hier auch. Bekommt alles Cleanstone hin. Dann will ich wenigstens hier in dieser Aufnahme... Das ist nur eine 15-Minuten-Aufnahme. Ich will nur eine ganz kleine Pipi-Aufnahme machen. Nein. So, dann will ich wenigstens den Keller hier fertig machen. Wir brauchen dringend Kohle. Weil wir haben kein Cleanstone mehr, oder? Nee, wir haben hier echt kein Cleanstone mehr. Den muss ich hier noch effektiv nutzen. Und hier werde ich dann irgendwie... Irgendwie... Cobblestone machen. Es bleibt mir ja nichts an. So, ich kann es ja nicht mehr beraten. Das ist ja das. Das ist ja der ganze Witz an der Sache. So. Machen wir hier. Da. Und... Und hier. Ah, Mist. Hätte ich gar nicht machen müssen. Verdammt. Und hier noch. Und hier. Hin. So. So, das dürfte jetzt passen. Ich gehe manchmal kurz eine Fackel hin. Zum Ausleuchten. Ähm. Das wird eine Holzkammer. Das wird eine Holzkammer. Wird ich hier mal aus Holz machen. Einfach nur, weil ich es kann. So. Das lassen wir so. Wo ist hier. Ach, okay. Das war schon das Holz. Dann nehmen wir hier das Holz. So. So nicht. Ja, jetzt die auch im Eimer. So, wunderbar. Ja, wenn muss ich das hier auch so machen. Das muss ja auch irgendwie ein bisschen symmetrisch sein. Okay, hier muss das eigentlich auch alles weg. Werde ich jetzt auch machen. Wieder auch alles Holz. Alles Holz. Was hier reinkommt, weiß ich selbst nicht. Hier eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Ja, so dürfte es passen. Hier kommt auch noch. Hin. Und hier noch. Und da. Und hier oben. Oh, das haben wir hier genug ausgeleuchtet. Vielleicht hier in der Mitte noch. Ja, und hier geht's nicht. Okay, dann können wir das eigentlich so lassen. Jetzt kommt hier diese blöde Minecraft Musik, die ich schon fünfmal runtergestellt hab. Gut. Ja, sieht jetzt nicht gerade super aus, aber ich hab auch keine Leiter. Doch, ich hab Leiter mit. Das ist ja was ganz Neues. So, dann gehen wir hier. Können wir hier mit der Leiter hochgehen. Das heißt, den Keller haben wir fertig. Da baue ich nichts mehr. Ja, was haben wir hier noch? Gitter. Die können wir eigentlich auch mal irgendwie verwenden. Ich weiß auch wo, die nehmen wir mit in den Turm. Bis zu letzten Nacht. Hier haben wir unser schönes Haus. Das ist das Lecken, der hier gerade hier nicht drum zu lecken. Sehr auf damit. Gut. Ähm. Ähm. Achso, wir haben Erde. Dreck hat man immer dabei. Okay. So, Siblings. Werden wir mal hier schön. Ist hier unten schon der Keller? Ne, ist er nicht. Dann können wir das so machen. Haben wir hier einen schönen Busch. Ja, hier können die eh nicht wachsen. Also von daher. So. Ganz schick. Aber wir werden jetzt erst mal schlafen gehen. Und gucken denn mal im, in den nächsten Morgen. So. So, hier kann ich mal. Habe ich denn noch. Na super. Ja, ist jetzt egal. Mache ich jetzt auch Stein. Mal ganz simpel. Weil ich jetzt das nichts anderes zur Hand habe. Hier unten ist es bestimmt. Jupp. Das war klar. Deswegen werden wir hier das doch nicht machen. Das könnten wir aber... Ja, genau. Ich habe eine gute Idee. Eine super Idee. Machen wir so, so. Kommen hier diese Büsche rauf. Diese Büsche. So. Und. Ja, jetzt brauche ich Holz. Das haben wir ja en masse. So, wie waren das jetzt? Ich glaube so, ne? Falltür. Genau. Zwei. Da haben wir vier. Eins, zwei. Ich brauche... Da mache ich mal so viele. Das dürften jetzt acht sein. Jupp. Ich weiß jetzt nicht. Ne, wir brauchen nur sechs, aber... Gut. So. Sieht zwar scheiße aus, aber... Ja, egal. Es geht. Es geht. Es ist jetzt nicht so scheiße. Wie ich dachte, aber... Gut. Hier könnten wir noch ein bisschen Leitstum gebrauchen. Für die Einrichtung. Bücherregale können wir hier noch ein bisschen verbauen. Damit sonst nichts zu tun. Das dürfte jetzt... Reicht mir. Wir können hier mal... Das wegmachen. Und hier... Nein. Lightstone und... Hier Lightstone. Und... Hier ebenfalls. Und hier auch. Dann haben wir hier wenigstens so ein bisschen... Natürliches Licht. Ähm, ja. Gut. Dann ist es hier soweit. Hier kommen noch vielleicht ein paar Sessel hin. Aber das werden wir alles... Nach und nach machen. Und ich werde diesen Part jetzt auch beenden. Ich darf ja nicht über 15 Minuten machen. Deswegen... Sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dann, Leute. Ciao. Und da noch...